Ja, hallo, guten Abend und herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseum zum zweiten Abend des Filmfestivals Verso Sud, die 24. Ausgabe dieses Jahr. Ja, 24 Jahre schon in Frankfurt dieses Festival vom Deutschen Filmmuseum mit Made in Italy, in Zusammenarbeit, initiiert von Casa de Cultura damals. Wir freuen uns sehr, dass wir drei Gäste diesmal haben. Wir haben morgen ja noch einen Gast, Luca Vullo, wird seinen neuen Film vorstellen über Lampedusa. Davor wird ein Kurzfilm von Will Wenders über Riace gezeigt werden. Es gibt noch Karten. Morgen 17 Uhr, nutzen Sie die Gelegenheit. Wir hatten gestern Marco Tullio Giordana zu Gast, ein sehr schönes Foyer-Gespräch. Ja, einige waren sicherlich auch da. Es gibt viele Filme noch zu sehen von Giordana in unserem Hommage. Auch hierzu morgen zum Beispiel 13 Uhr sein erster Kinofilm, eine ganz seltene Gelegenheit, den zu sehen, über die Nachwirkungen von 1968. Dazu haben wir auch ein Special am Freitag zusätzlich im Programm zu diesem Thema. Ja, und heute haben wir einen jungen Regisseur mit einem neuen Film. Dazu kommen wir gleich. Den wird dann Maria Matzer vom Italienischen Kulturinstitut in Köln vorstellen. Ich nutze kurz die Gelegenheit, um noch weiteren Partnern und Unterstützern zu danken. Zuerst, wie schon gesagt, natürlich Made in Italy, Franco Montini, der gestern das Gespräch geführt hat, der nachher das Gespräch mit Salvatore Aloka führen wird, Francesco Bono, Piero Spila. Herzlichen Dank, Mille Grazie. Vielen Dank, Mille Grazie. Sie hat aber gestern ja hier eine Begrüßung gesprochen. Ja, dann natürlich dem Italienischen Kulturinstitut. Gleich wird Maria Matzer noch Sie begrüßen und ein wenig auch überleiten zum Regisseur. Ja, vielen Dank auch nach Köln und für die gute Kooperation dem Schweizerischen Generalkonsulat, dass diesmal den Abschlussabend mit italienisch-schweizer Kuh-Produktionen, zwei Filme am 12.12. Mittwoch in einer Woche, können Sie zwei italienisch-schweizerische Ko-Produktionen und einen kleinen Empfang des Schweizerischen Konsulats zum Abschluss erleben und der Adem Kairos Filmverleih für die lange Zusammenarbeit und ja, dieses Jahr dann auch zusätzlich neben den schon erwähnten Casa di Cultura auch Italia Al Trove für die großartige Unterstützung morgen bei dem Abend von Luca Vullo und überhaupt italienischen Community und allen Unterstützern und Ihnen als Besuchern für ja, ihren treuen Zuspruch, ihre treue Besuche seit vielen Jahren bei diesem Festival. Immer wieder eine Freude, wie ja, beliebtes Festival ist, wie gut es angenommen wird und auch in der Vielfalt eben dann das italienische Kino hier entdeckt wird. Ich wollte noch darauf hinweisen, heute haben wir, Sie haben es vielleicht schon gesehen, einen Empfang, wo es Wein gibt vom italienischen Weingut Tere Grosse, die ökologischen Wein anbieten und man hat auch die, und es gibt nach dem Screening jetzt, gibt es ja eben das Gespräch mit dem Regisseur und danach haben Sie die Möglichkeit, dann gibt es oben auch nochmal einen Weinempfang und Sie können Prosecco und Wein probieren und Sie haben die Möglichkeit von diesem italienischen Weingut auch hier gleich Wein auch zu kaufen, weil das normalerweise nicht in Deutschland verkauft wird. Also probieren Sie diesen Wein und diesen ökologischen Wein und wenn Sie überzeugt sind, kaufen Sie gerne. Die Damen würden sich freuen und wir bedanken uns herzlich bei Tere Grosse, dass Sie uns ja den Wein zur Verfügung stellen. Nun freue ich mich, dass wir gleich den Regisseur noch zu Gast haben und ich freue mich auf ein paar einleitende Worte dazu von Maria Mazzar. Vielen Dank. Ja, guten Abend, sehr geehrter Dr. Beilharz, gentile Salvatore Allocca, gentile Marco Tullio Giordana, die devrait besser in der Saale, gentile Dottoressa Rossi de Lenit, Dr. Montini, sehr geehrte Damen und Herren, auch in diesem Jahr umfasst die italienische Filmreihe hier in Frankfurt wieder die besten Filme Italiens der letzten Jahre. In Köln wurde diese Filmreihe im letzten September mit sehr großem Erfolg gezeigt. Der italienische Film war noch nie so lebendig und er überrascht durch die Fähigkeit mit Ironie und Leichtigkeit, jene problematische Realität einzufangen, in der wir leben. Neben einem der großen Namen unseres Kinos, Marco Tullio Giordana, präsentiert das Festival auch wie immer neue Regisseure, die ihren Platz in der italienischen Kinoszene gefunden haben. Daher freut es mich sehr, heute Abend Salvatore Allocca in Frankfurt begrüßen zu können, der zu dieser neuen Generation ausstrebender junger italienischer Regisseure gehört. Aber obwohl er noch jung ist, hat er bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. Nach seinem Studium der Literatur und Filmwissenschaft gründete er 2006 die Produktionsfirma für Film und Fernsehen Vegas Project. Sein Debüt gab er mit dem Kurzfilm Crackers, dem weiteren Kurzfilme folgten, die auf nationalen und internationalen Kurzfilmfestivals Preise gewannen. Diese Kurzfilme können Sie im Internet sehen. Das dauert wirklich wenige, wenige Minuten. Und in wenigen Minuten hat er die ganze Haltung des Westens mit Bezug auf die Leute der anderen Welten gegeben. Das ist wirklich sehr schön. Es folgten Dokumentarfilme und neben diesen Filmen drehte Salvatore Allocca auch Musikvideos und Werbespots. 2011 erschien in Italien sein erster Spielfilm, die Comedie Come trovare nel mondo giusto l'uomo sbagliato, über drei Freundinnen, die plötzlich mit Veränderungen in ihrem Leben konfrontiert werden. 2017 folgte sein zweiter Spielfilm, Taranto on the Road, der sofort großen Erfolg bei Kritik und Publikum hatte. Der Film beginnt an der italienischen Küste in Apulien, wo zwei tunesische Migranten auf eine lokale Musikband namens Die Evangelisten treffen. Natürlich werde ich nicht den Film jetzt erzählen. Ausgehend von dem berisanten Thema der Einwanderung schwenkte Allocca den Blick hin zu einer historischen Reflexion über die politischen Konsequenzen der arabischen Frühlingsen und baut in dem Film auf dokumentaristische Weise Ausschnitte aus Fernsehnachrichten und Bildern ein, die von der Migrationswelle berichten, auf der Tausende von Maghrebienern nach Europa gelangten. Das Drehbuch, das er zusammen mit Amara Lacus, einem der bedeutendsten Schriftsteller der neuen italienischen Literatur geschrieben hat, macht deutlich, dass Wünsche und Gefühle weder eine Sprache noch eine Grenze kennen. Der Titel des Films ist nicht rein zufällig. Die Pizzi Cataranta war der Tanz, den traditionell junge Frauen tanzten, nachdem sie von einer großen Spinne eben der Tarantel gebissen worden waren. Der Tanz diente in Wahrheit dazu, das Böse abzuschütteln und sich auf frenetische Weise dem Rhythmus einer Musik hinzugeben, die von den Ängsten befreite und heilte. Diese Verwechslungskomödie ist sowohl eine Hommage an die Solidarität als auch an die Musik, die direkt in die Seele eindringt, sowie eine Metapher für die Begegnung unterschiedlicher Völker des Mittelmeerraums. Ich danke der Direktorin des Filmmuseums, Frau Ellen Harrington, sowie auch Herrn Dr. Beilharz und dem gesamten Filmmuseum und natürlich Dr. Franco Montini von Made in Italy für das außergewöhnliche Engagement, auch in diesem Jahr den italienischen Film wieder auf bestmögliche Weise zu präsentieren und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. Ja, und jetzt kurz ein paar einführende Worte vom Regisseur. Herzlich willkommen, Salvatore Aloka. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich möchte nicht mehr sagen, zu dem, was Sie gesagt haben, zu der schönsten Präsentation, die unsere Direktorin gemacht hat. Also ich möchte jetzt einen Spoiler machen, das möchte ich gar nichts sagen zu dem, was zu der wunderschönen Präsentation die Maria Maza gemacht hat. Deswegen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und wir werden sowieso danach über den Film sprechen, für die Leute, die da sein bleiben. Ich werde auf alle Fragen antworten, die Sie für mich haben werden und ich werde einfach einige Anekdoten über den Film erzählen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. mit Salvatore Aloka. Ich glaube, sein Film zeigt wirklich deutlich, wie man auch wichtige Themen, dramatische Themen, auch mit einer Leichtigkeit anpacken kann. Es ist aber sicherlich nicht leicht. Und ich weiß nicht, als du angefangen hast, an diesem Projekt zu denken, ob du vielleicht Zweifel hattest. Ich hatte keine Zweifel eigentlich, denn in Italien ist Kino oder Filme, die über Immigration sprechen, das ist ja fast eine Tradition geworden. Also es gibt viele Filme, die über dieses Thema reden und sprechen, aber es gab noch nie eine Dramödie wie diese hier. Und dann war der Film, die basiert auf realen Fällen, was in Italien passiert, all'indomani der Prima Era Araba, in Italien war eine Situation so chaotisch in Italien, dass, nach oben, für mich war eine große, in meinen Augen, eine große Tragikommédie. Und ich glaube, das war auch der richtige Ton. Und der Film basiert ja auf wirkliche Sachen. Es gab ja der Arabische Frühling damals und es war ein Chaos. Und ich habe einfach versucht, diese Sache von oben zu gucken und von oben sah das wie eine Tragikommödie aus. Ich habe versucht, das zu erzählen. Chiaramente, wenn ich den Produkten propon habe, niemand glaubte es, weil ich es nicht so wollte, weil ich es nicht so ein Film über Immigration in Italien wenn ich es nicht so Immigration gesagt habe, ist es respingente. Und am Ende habe ich es nicht so zu produzieren, selbst. Aber natürlich, wenn ich den Film den Produzenten angeboten habe, die haben Nein gesagt, weil ein Film über Immigration in Italien zu machen, das klingt immer abschreckend und deswegen musste ich das selber produzieren. Aber es gibt ja dann Produzenten, die dann eingesprungen sind. Was haben die da geleistet? Ja, das war eine Ansammlung von Verrückten, die einfach an mich und an das Projekt gedacht haben. Produzenten, die auch an die Produzenten, Produzenten, die wir mit dem haben wir mit dem Film gelesen, dass wir mit dem Film Wenn es eine Operazione mainstream war, wenn es nicht existiert hat, die Produzenten in Italien, dieser Film hätte nie gesehen, die Licht. Also es waren einfach unabhängige Produzenten, es gab auch öffentliche Beiträge und deswegen kam auch der Film auf die Leinwand, denn ohne öffentliche Beiträge hätten wir es nicht geschafft. Ich glaube, dein Film zeigt, dass die italienische Gesellschaft eine zweiseitige Seele hat. Also ich glaube, man zeigt, dass die Italiener einfach offen sind gegenüber den Leuten, die kommen. Aber es gibt auch Ängste und diese Ängste fühlen dazu, dass man eher abschreckend reagiert. Ich glaube, diese Zwiespältigkeit ist in einem Film wirklich sehr gut getroffen. Ja, wir wollen partieren, ich persönlich will partieren von der Thema der Immigration um etwas mehr Universität. Weil die Figur des Migranten kann auch die des Precaries für ecst. Lensa, weil der Migrant ist der der versucht zu erreichen, Ort, vor allem die aus der Nordafrika. Aber sie hat große Probleme, späßt rischieren die Leben im Meer. und manchmal, wenn sie in diesen Bereichen kommen, sie nicht erreichen können, ihre eigenen Sogne zu erreichen. Also ich wollte eigentlich von einer normalen Situation reden, über die Migration und auf eine universelle Situation überzugehen. Das heißt, der Flüchtling für mich ist auch jemand, der in einer prekären Situation lebt. Und diese Leute, die haben nämlich Nordafrika verlassen, um etwas zu finden in Italien. Sie haben Schwierigkeiten überwunden, sie haben den Meer überwunden. Und diese prekäre Situation hat sich aber dann in Italien öfter mal weitergeführt. Das entspricht auch der Situation von vielen Leuten in meinem Alter, die einfach studieren in Italien und dann versuchen, eine Arbeit zu finden und es nicht schaffen. Und das ist wirklich traurig. Man kann ja nicht von einem vollen Leben sprechen, wenn man die eigenen Träume, wenn man die eigenen Wünsche nicht erreichen kann. Und deswegen bin ich einfach von der Idee des Flüchtlings ausgegangen, um eine universelle Lage zu erzählen. Einfach das Gefühl wiederzugeben, was viele junge Leute haben. Und es ist ja auch kein Zufall, dass hier in diesem Film Flüchtlinge auf Künstler treffen. Denn Künstler sind ja diejenigen, die ein prekäres Leben fühlen. Per Exzellanz. Perché è il pregario per eccellenza. Ich habe ja, già le detto. Ich habe anticipato, scusa. Ecco, sicuramente una commedia italiana, o all'italiana, ma anche con una struttura di film on the road e un po' di commedia degli equivoci. Quindi hai mescolato un po' vari modelli. Also es ist eine italienische Commedia, aber das hat auch etwas von dem Film on the road und das hat auch ein bisschen von der Commedia mit Missverständnissen. Das heißt, es gibt verschiedene Ingredienzen in diesem Film. Si, noi siamo partiti dal modello per eccellenza, quello della classica commedia all'italiana. Quindi Scola, Monicelli, Grandi, che parlavano, trattavano con leggerezza delle tematiche molto importanti e drammatiche. Also wir haben damit angefangen, uns mit der italienischen Commedia zu befassen, also von Scola und Monicelli. Also diese großen Regisseur, die einfach Schwierigkeiten behandelt haben, aber mit einer Leichtigkeit auf die Leinwand gebracht haben. E poi ci siamo divertiti a mischiarlo anche con il cinema più hollywoodiano. Infatti c'è anche una citazione nel film, quando si vede Tarek che tira questa tenda per dividere la stanza, lei una citazione da cade una notte. Sono due filmi assolutamente differenze. Il film che abbiamo visto ieri sera di Marco Tullio Giordano è questo. Però hanno un elemento in comune, a mio avviso. Aber es gibt etwas Gemeinsames, meiner Meinung nach. Che è quello di una rivendicazione delle identità e dell'indipendenza femminile. Es geht um die Identità e um die Unabhängigkeit der Frauen. In fondo la protagonista del tuo film è in qualche modo una revolutionaria rispetto alla sua cultura, al suo costume, al suo paese. Deine Hauptfigur, in un film, è una revolutionaria per la sua cultura, al suo land. Ti chiedo se nella scrittura di questo film c'è anche una mano femminile. Ich frage dich jetzt, unter den autoren, gibt es auch eine Frau? No, 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 non c'è una mano femminile. Nein, es gibt keine Frau. No, il personaggio di Damira viene da una serie... Ci sono tanti personaggi, tanti personaggi, ecco, che noi abbiamo intervistato, tante persone non abbiamo intervistato per arrivare alla stesura del copione. Quindi tutti i personaggi che vengono nel film sono il frutto di tante storie legate insieme. Also, abbiamo eigentlich viele Leute interviewt, um zu dem Dreadbook zu kommen, um zu den Figuren zu kommen, die meinen film ausmachen. E c'è anche un altro tema che emerge così fra le righe, ed è appunto la scarsa conoscenza che si hanno delle persone anche più vicine. Und es kommt auch ein anderes Thema hindurch, das ist die sehr schwache Kenntnis, die man hat von den Leuten, die einem am nahesten stehen. La rivelazione dell'homosessualità di uno di questi personaggi è appunto l'esempio. Und die Tatsache, dass einer deiner Figuren dann zeigt, dass er homosexuell, das ist ein gutes Beispiel dafür. Perché questo è un tema che ricorre abbastanza frequentemente nel cinema italiano recente. Und davon spricht man sehr oft im italienischen Kino der jungen Zeit. Non so se, così qualche sentore, qualche modello, l'avete di ispirazione, c'è stata. Weiss es nicht, ob du einen Vorbild hattest oder irgendjemanden dachtest dabei? No, non un modello a cui ci siamo rifatti, no, perché sono dei personaggi, diciamo, che io ho incontrato e conosciuto, e anche gli autori. Diciamo, per creare questo gruppo di musicisti, che sono tutti dei personaggi in qualche modo bloccati, in qualche modo sono dei personaggi che hanno un blocco emotivo, no? Cioè, come i migranti hanno un mare da attraversare, no? Questi ce l'hanno dentro di loro, cioè il loro nemico sono essi stessi. E quindi anche il personaggio di Luca è nato così, con delle storie che abbiamo sentito, abbiamo legato insieme. Perché poi Luca, come anche gli altri personaggi, pensa di non poter essere felice, e non poter rivelare chi è veramente, finché non raggiunge il successo, che è una grandissima capolata, no? Und genau so ist auch Luca entstanden, genauso die anderen Figuren in meinem Film. Und Luca glaubt, dass er nicht glücklich werden kann, wenn er keinen Erfolg erreicht. Und das ist, meiner Meinung nach, eine totale blödheit. La musica è certamente un elemento determinante nel tuo film. Ecco, volevo un po' sapere, qual è stato il percorso, se le musiche sono state composte contemporaneamente al film, se hanno in qualche modo, come dire, ispirato alcune scene, o al contrario, sono state poi, come dire, adattate a una struttura narrativa, che già esisteva. La musica è molto importante in un film. E io volevo sapere, qual è stato il passaggio? è stato il passaggio di un po' sapere, che è stato il passaggio, o è stato il passaggio di un po' sapere, o è stato il passaggio di un po' sapere, o è stato il passaggio di un po' sapere. La canzone che vedete al centro del film, quella dove balla Mira, è stata composta proprio per il film. Da un gruppo che si chiama Masca e Rimiri, che è un gruppo salentino, che mischia la pizzica con l'elettronica. E loro sono stati un po' l'anima e il sound di questo film. E gli attori hanno fatto delle cover, cioè è tutto finto. E loro sono la seele e il sound del film. I schauspielerci hanno spielo con il cuore, ma non hanno spielo proprio. Quindi anche la musica viene dalla scrittura. Abbiamo pensato tutto prima per arrivare poi al montaggio con questo pezzo e poi altri pezzi, sempre dei Masca e Rimiri, che quindi c'era una voce comune che sembrasse venire tutta, dal gruppo degli Evangelisti. E poi, sempre legato a questa scena del ballo, c'è un episodio che mi piace sempre raccontare, perché rappresenta come la vita sia spesso una tragica Commedia. perché è una tragica Commedia. Sì, che poverina, la... non so, ripensarlo far ridere, però poverina l'attrice che, mentre ballava questa scena con tutta quella foca e la passione che aveva visto nello schermo, si è rotta la mano, sbattendo contro l'operatore della macchina da presa. E allora da lì in poi abbiamo potuto inquadrarla solo dal gomito in su, sennò si sarebbe visto il gesso. E quindi, diciamo, questo è uno dei casi in cui è l'arte che imita la vita e non il contrario. Hai detto un attimo fa, è tutto falso a proposito di questi concetti. Tu hai vorhin gesagt, è tutto falso, è tutto nachgemattato, ma non questo Unfall. Ecco, ma devo darti atto invece che c'è una grande credibilità in queste scene. Aber queste ganzen Szenen, die klingen wirklich sehr glaubwürdig. Al punto che, quando ho visto il film per la prima volta, pensavo che effettivamente i due autori fossero anche musicisti del film. Und ich dachte wirklich, das erste Mal, wo ich den film gesehen habe, dass die Leute auch richtig singen in dem film. Ecco, come è stata costruita questa Finzione così credibile? Wie konntet ihr das so glaubwürdig darstellen? Beh, si sono preparati per esempio Matteo, quello dell'attore che fa Matteo e l'attore che fanno Luca sono dei musicisti anche nella vita, nel senso suonano, si dilettano. Also, sie haben sich natürlich gründlich vorbereitet, sie haben sehr viel geprobt und die Leute, die Schauspieler, die Matteo und Luca sind, die spiellen auch im walen Leben, sie sind in una gruppa. E quindi per loro è stato più facile, diciamo, entrare in questi personaggi. Invece Giovanni, che nella vita non suona, Also, für sie war dann leichter in diese Rolle hineinzuschlüpfen, aber Giovanni spielt zum Beispiel nicht im wahren Leben. Das heißt, er ist hinter der Konsole und er einfach muss so drücken und so und der muss ja nicht wirklich spielen. Das heißt, Matteo, der spielte wirklich mit dem... Lui canta e poi il tamburello ha preso delle lezioni e quindi... Sì, esatto. Er singt und er hat natürlich Stunden genommen, um das zu lernen und er hat wirklich das gut gemacht. Senti due protagonisti. La ragazza, Nabi Akkari, era stata la protagonista di un film di Salone. Lui invece, credo, almeno, non l'ho mai visto. Ecco un po' come hai messo insieme il cast. Nabi Akkari war ja schon, hatte ja schon gespielt in einem Film von Salone, aber von dem, was ich weiß, hatte der Hauptdarsteller hier niemand, niemals gespielt. Wie hast du den cast zusammengestellt? Io sono partito da lei, perché l'avevo vista in questo film e poi ho visto altri film francesi, perché lei lavora soprattutto in Francia. Also ich hatte von ihr angefangen, ich hatte in diesem Film gesehen, ich hatte auch andere französische Filme gesehen, denn sie arbeitet hauptsächlich in Frankreich. Però parla molto bene l'italiano e quindi ho optato subito per lei. Und aber sie spricht sehr gut italienisch und deswegen war sie von Anfang an meine Hauptfigur. Invece, gli altri sono sedutati tramite facendo un casting per e proprio ho visto tanti attori finché non individuato quelli che potessero essere non solo andare bene per la parte ma anche messi insieme fare un gruppo heterogeneo ecco che non sembra se l'uno quale all'altro. Und bei den anderen gab's einfach ein klassisches casting und dann habe ich einfach so die ganzen Leute zusammen gefunden. Die sollten der jeweiligen Rolle entsprechen und die sollten auch eine Tarek Almidridi lavorato in Italia fatto un paio di film quindi l'avevo individuato. I loro due ruoli sono stati quelli più complicati perché non ci sono in Italia non abbiamo le seconde terze generazioni come voi quindi abbiamo to prendere dalla Francia. Tarek also derjenige der Tarek spielt Almidridi der hatte auch ein paar Filme in Italien gedreht aber es schwierig in Italien denn wir sind nicht in der zweiten oder dritten Immigration von Immigranten wir mussten wirklich suchen. Es gibt drei Enden in deinem Film also der Kuss zwischen den beiden die Tatsache dass sie nicht nach Frankreich kommen Tatsache und die letzte Szene im Absprann wo es so eine Art von Triumph gibt also ist es ein Kritik oder passate dal romantico al malinconico al musicale Ich möchte nur sagen du bist von der romantischen Seite über zur tragischen Seite auf das Tanzgefühl Perché comunque nell'ottica sempre della tragica commedia l'amore ha trionfato però poi torniamo alla realtà la politica che ci circonda è quella quella dei respingimenti dei muri che vengono creati eretti ai confini e così siamo incinati poi a un terzo finale in cui questi non andando dovevano andare però rimangono in Italia comunque si sono messi insieme insomma se il film dovessi girare oggi forse sarebbe più difficile dargli quel tono di leggerezza che gli hai dato also wenn man ins heute den film drehen würde wäre es vielleicht schwieriger den film so leicht zu drehen come du das gemacht hast però così mi spinge a parlare di politica aber jetzt muss ich über politica sprechen ich will das doch nicht non ti so dire comunque è legato a degli eventi successi 2011 quindi non ti so dire se oggi sarei più amaro forse sì però non lo so also ich könnte trauriger sein aber ich weiß es einfach nicht va bene non so se c'è qualche domanda anche da parte del pubblico salvatore gibt es fragen vom publikum für salvatore nei titoli di coda ho letto l'hotel san diego aquafredda di maratea quale scena avete girato lì im abspann habe ich gelesen hotel san diego maratea war eine der kulissen was habt ihr gedreht gran parte del film also der große teil vom film gran parte film è girato in basilicata maratea anche il confine con la Francia l'abbiamo ricreato a maratea maratea spielt das ganze film und auch Frankreich ist eigentlich in maratea jetzt man muss mit low budget sie einfach arrangieren ja ich fühlte mich wie zu hause wenn ich diese Szene gesehen habe jemand anders keine Angst also ich bin ja noch schüchterner als ihr also bitte buonasera devo dire che film mi è piaciuto molto mi è veramente emozionato questa combinazione tra l'exaltazione della territorialità insomma del dialetto il tema dell'accoglienza insomma also zum einen Dialekt und einfach das Gefühl für das eigene Land und die tatsache dass man flüchtige aufnimmt deswegen möchte ich sagen absolut klasse grazie eigentlich wollte ich dich fragen was du denkst über die politische situation aber ich höre du willst nicht drüber sprechen da sagt man in me tak schluss no no che senso che penso di come adesso il governo in italia was ich jetzt von der italienischen regierung meine oder wie was also nicht nur die franzosen weisen flüchtlinge an der grenze ab also in italien haben viele flüchtlinge heim gefunden wir nehmen immer noch flüchtlinge auf no no quello che a me dispiace che sta accadendo in italia che c'è un clima di odio che viene un po fomentato si tramite i media was ich schade finde ist einfach dass in italien eine art von hass geschürt wird vor allem durch die media aber ich möchte jetzt nicht wirklich ins detail gehen denn sonst enden wir das nie marco c'è un signore la dietra complimenti per il film davvero un grande rappresentante del paese italia glückwunsch si representieren wirklich italien sehr gut però è anche giusto che non entri nella politica la situazione è cambiata e quindi questo film sicuramente oggi non sarebbe così con questa emozione più possibile e da gebe ich ihnen recht comunque la Puglia l'Italia la Basilicata facendo tanto Italien Basilicata tun ja viel für den Tourismo mit diesem Film e diciamo anche un film dove racconta un po il viaggio e la voglia del turismo e più diciamo anche un po un spot Das ist ja fast so un Werbespot für das Land also man erzählt ja viel über die Reise über Tourismus eigentlich e si vede anche quanti sponsor quanti partecipanti und man sieht auch wie viele turismos agenturen und turismos wie viel der Tourismus den Film gesponsert hat orofranco tutto il giro deve fare un maratoneta digeriamo lei ha detto che non vuole parlare di politica però ha fatto una constatazione che mi constringe a focus allo lei ha detto che sono le medie che sono più o meno responsabile per l'odio che le ha detto che i politici che ci stanno adesso in Italia i politici che sanno usare molto bene i media è diverso da dire che i media fomentano l'odio ok allora io l'ho capito così comunque Das heisst ich habe das falsch verstanden vielleicht Es gibt ja eine Partei von Salvini und die ist ja für me Ich wollte jetzt nicht über die Details reden Ich hatte das so verstanden und ich wollte das einfach klären Ich posso chiedere fra gli incontri che hai fatto perché tutti i film poi voglio dire vengono portati al pubblico e hai fatto tanti incontri qualche reazione che ti ha colpito in maniera particolare da parte del pubblico Was an reaktionen hat dich am meisten so gefallen Diciamo che mi sono emozioni più a portare è stato quando l'ho presentato in Sicilia all'Ortigia Film Festival In Sicilien war das allergrößte was ich mit dem film erlebt Malip era una question umana perché c'erano tanti che hanno vissuto questa sono stati in prima linea nell'accoglienza Lampedusa Pozzallo lì c'era grande accoglienza grande calore proprio ma c'era la menschliche seite perché c'era molti in Lampedusa in Pozzallo che hanno molto con la Aufnahme dei Flüchtlingi però la cosa che mi piace è che portandolo il film è uscito un anno fa e io sono ancora qui a portarlo in giro a parlare non solo in Italia ma proprio nel mondo sono stato in India in America e mi piace sono rimasto sorpreso del fatto che all'estero viene apprezzato tanto il film anche se racconta delle cose che succedono altrove si usa anche un umorismo che comunque è una commedia quindi non sempre la commedia viene decifrata all'estero e questa invece mi sembra una commedia universale e questo mi è fatto piacere l'ho visto in vari posti e io ho il film presentato in India in America e io ho sentito molto bene che io sono sempre qui e il film sempre presento e io ho visto che le persone den film veramente bene e è anche interessante perché per esempio non bisogna non bisogna l'italiano l'humorismo non bisogna e io ho visto che è veramente bene la signora dopo tutti italiani sono stasera sento a casa posso fare anche una domanda in tedesco eventualmente così possiamo bluffare un attimino bluffiamo un attimo come nel film insomma ah dann können wir bluffen genauso wie in dem film due domande una la scelta del dialetto pugliese è una scelta anche mirata a mantenere una musicalità data dal dialetto come in questo caso quello pugliese per farlo seguire a tutta la dimensione della colonna sonora musicale war das jetzt eben dafür che hai pensato che il dialetto anche con la musica con il soundtrack unherging? no solo per una questione di realismo di ambientato in Puglia e parlano così es ging um realismo la storia spielte in Napoli e quindi potrebbero parlare anche Apoli ora ho girato un cortometraggio a Napoli a Ponticelli dove sono due adolescenti protagonisti e parlano Napoletano stretto deswegen hast du il dialetto solo realistico non è solo l'amicizia ma è anche la paura di parlarsi l'uno con l'altro che cosa legge alle tre paure di questi uomini hanno anche angste cosa bindet ihre angste zusammen al confronto invece delle due figure femminili che sono extremamente indipendenti capace anche di creare situazioni a cui queste figure maschile devono in un certo senso adeguarsi o modificare la loro sensibilità le due donne sono veramente molto unterschiedlich e le due le due situazioni in cui si le männer fühlano e adeguarsi se non c'è guerra tra i sessi non c'è un war tra gli schluchten in film semplicemente questi tre uomini incarnano appunto come dicevo anche prima la figura del precario per eccellenza non solo perché sono artisti bloccati in qualche modo come vorhin gesagt habe diese drei männer sollen einfach das prekäre leben darstellen nicht nur weil sie künstler sind sondern einfach nur weil sie so leben müssen ognuno ha modo proprio non riesce a essere se stesso perché ha messo da parte la propria vita rincorrendo un sogno che non li ha portato a parte cioè non sono diventati famosi con la musica traume vergessen denn sie sowieso nicht verwirklicht haben also nur so können sie wirklich sich selbst sein poi la do cioè es a me piace poi explorare le personen di forti ecco und ich mag starke Frauen auf die land wein zu bringen es gibt viel zu wenige meiner Meinung nach ich volevo citare la scena della seduzione di quello per camufare che non avevano documenti naturalmente dovevano presto è stato fortissimo è incredibile perché non sono insieme che non le documenti hanno è echt klasse e quello addirittura quel grassoccio come si chiamava non questo è etwas fette è veramente da vedere scaccia pensieri è veramente grazie a lei signora